Du bist von Genf, wir spielen gegen Lausanne, das ist auch für dich noch ein besonderes Duell? Ja, weil schon mit einer gewissen Mannschaft Genf gegen Lausanne ist ein kleines Derby, also normal, du musst gewinnen, als Junge. Und ja, wir spielen gegen Lausanne mit Luzern und unser Ziel ist das Tor gewinnen. Lausanne ist auf dem letzten Platz, der FCL auf Rang 3, wird aber trotzdem ein schweres Spiel, vor allem auch, weil sie einen Trainer haben. Ja, das ist immer ein schwieriges Spiel. Vor dem Spiel ist immer die Chance 50-50 für beide Mannschaften. Und ja, wir müssen da kommen und unsere Spiele spielen, für gewinnen. Und es wird nicht ein einfaches Spiel, aber wir müssen einfach auf drei Punkte spielen. Wo siehst du die Stärken von Lausanne? Ja, jetzt mit den neuen Trainern ist vielleicht eine neue Dynamik. Die Spieler vielleicht sind ein bisschen aggressiver, weil die fangen alle zu Null. Und das wird vielleicht schwierig für uns, aber wir müssen spielen, wir spielen gegen alle Mannschaften. Und ich denke, das wird gut passieren. Für die wenige Stimmung in Lausanne werden die FCL-Fans sorgen. Wie gehst du damit um in so einem Stadion mit einer Laufbahn, kalte Atmosphäre? Wie geht man darum und wie stellt man sich ein? Ja, egal ob du spielst gegen 50.000 Leute oder 500. Ich sage also, die Stimmung muss dir nicht besser oder schlechter machen. Ich denke, da wird unsere Fans lauter als die anderen. Weil die kommen oft immer. Und ja, in Lausanne ist es eine kalte Atmosphäre. Aber wenn wir mal ein gutes Spiel spielen, wird es vielleicht wärmer. Wie groß wird die Chance sein, dass bei der Heimreise die Stimmung nicht mehr kalt ist beim FCL? Ja, also in Luzern ist es immer sehr warm und die Fans sind immer dabei mit uns. Und das bringt uns immer nach vorne. Und ja, schade, dass nicht alle Stadion in der Schweiz so sind. Aber das hilft uns und ich denke, es muss so weitergehen. Du wirst zurückgehen, laut Trainer Carlos Bernecker. Du wirst die Position von Alavis übernehmen. Wie bezeichnest du den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft? Ja, das ist schon eine hohe Konkurrenz. Wir sehen, dass auch andere Spieler auf die Bank müssen. Die haben immer gespielt und jetzt sind auf der Bank. Aber man muss immer kämpfen. In Wahrheit ist es für deinen Platz. Und wenn du eine Chance hast, musst du diese Chance nutzen. Und das geht eine Mannschaft nach vorne. Es ist wieder All Hello's Eve beim FCL. Die ein wenig andere Nacht vor Allerheiligen in der Swisspoor Arena. Im Preis sind alle Getränke und Verpflegung, plus viele weitere Highlights wie Kudis Nachtstadionführung oder die grosse FCL-Raritätenverlosung im Begriff. Erlebe am 31. Oktober ab der Nacht am Abend die FCL-Stars einmal anders. Jetzt den Vorverkauf benutzen auf FCL.ch